Ich bin ein kleiner Hund und weißt du was, ich bin gesund, weil ich schon ein paar Tage eine feuchte Nase habe. Ich hab auch einen Schwanz und der sitzt ganz genau da, wo er meiner Meinung nach und außerdem auch hingehört. Leider ist ein Hund wie ich trotz allem unverbesserlich, das ist es, was mich an der ganzen Sache stört. Bam, 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 wozu sind kleine Hunde eigentlich da? Ich sitz den ganzen Tag auf meinem Stuhl und denke, ach, das kann doch wirklich nicht der Sinn der Sache sein. Bam, 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 wozu sind kleine Hunde eigentlich da? Ach, manchmal, da wünschte ich doch sehr, dass ich ein bedeutender Hund wär und fresse nicht bloß meinen Napf leer. Ach, hätte ich doch wenigstens ein Motorrad, jetzt spiele ich bloß im Hinterhof und alle halten mich für duft. Ach, wenn das doch, ach, wenn das doch nicht wahr wär. Ich hopse auf und nieder und ich hoffe hin und wieder, dass auf einmal bitte irgendwas passiert. Aber leider ist ein Hund wie ich trotz allem unverbesserlich, das ist es, was mich an der ganzen Sache stört. Bam, 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 wozu sind kleine Hunde eigentlich da? Ich sitz den ganzen Tag auf meinem Stuhl und denke, ach, das kann doch wirklich nicht der Sinn der Sache sein. Bam, 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 wozu sind kleine Hunde eigentlich da? Bam, bam, badalilam, bam, ach, manchmal, da wünschte ich doch sehr, dass ich ein bedeutender Hund wär. Und fresse nicht bloß meinen Napf leer, ach, hätte ich doch wenigstens ein Motorrad. Ich glaube doch, ich dachte nur, ich meine bloß, was wollte ich noch, da war doch was. Ach, wenn das doch nicht wahr wär. Ich sitz den ganzen Tag auf meinem Stuhl und denke, ach, das kann doch wirklich nicht der Sinn der Sache sein. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020